In diesem Video möchte ich euch eine App zeigen, mit der ihr lernen könnt, wie man in Swift programmiert und dann vielleicht irgendwann selber mal eine App programmiert. Los geht's! Zuallererst fragt ihr euch sicherlich erstmal, was ist eigentlich Swift? Swift ist eine von Apple entwickelte Programmiersprache, die grundlegend auf Objective-C basiert, was ja wiederum seine Wurzeln in C hat und das ist nun eine wirklich sehr althergebrachte Programmiersprache und dementsprechend hat man einfach gesagt, wir müssen das Ganze auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, sag ich mal dazu. Hat das Ganze dann auch noch sehr leicht und dadurch auch sehr einfach gehalten und das ohne wirklich am Funktionsumfang zu sparen. Dementsprechend ist Swift also eine vollumfängliche und dennoch verhältnismäßig einfach zu erlernende, da auch der Syntax sehr einfach ist, Programmiersprache. Dazu gibt es eine coole App, die ich euch zeigen möchte, die heißt Swiftie. Dafür gehen wir mal aufs iPhone und öffnen Swiftie. Swiftie bekommt ihr im App Store, Link ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Swiftie ist eine App, mit der ihr das Programmieren einfach erlernen können sollt. Und wir sehen hier, wir haben hier quasi so kapitelweise die ganze App aufgebaut. Wir öffnen mal das erste Kapitel und das erste Programm und wir sehen, wir haben hier so einen Instruktionstext ganz oben und darunter schon einen kleinen vorbereiteten Quellcode. Das ist übrigens tatsächlich schon in Swift. Hier haben wir auch ein interaktives Feld und da können wir jetzt zum Beispiel mal unseren Namen eintragen. Und dann können wir das Ganze auch gleich einmal ausführen und sehen dann unten, wie das Ganze tatsächlich aussieht. Das Ganze erfolgt also nach dem guten alten und bewährten Konzept Learning by Doing. Ich meine, das macht ja auch durchaus Sinn. Erstmal bekommen wir alten, bereits existierenden Quellcode erklärt und dann dürfen wir daran rumbasteln, mal was tippen oder manchmal auch was einsetzen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Alles in allem, aber ein durchaus gutes Konzept. Grundsätzlich ist die App im App Store kostenfrei. Allerdings genau genommen eigentlich nur die ersten beiden Level. Denn ab dem dritten Level werden prinzipiell 99 Cent für ein Level oder 2,99 Euro für alle Level zusammen fällig. Bis auf beim dritten Level gut. Das könnt ihr euch, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, auch noch durchs Teilen mit Freunden via Facebook oder Twitter erkämpfen. Das Gute an der App ist, ihr braucht hinterher gar nichts mehr. Gut, die App empfiehlt euch natürlich eine App wie Xcode, was ja Apples Programmierumgebung ist, aus dem Mac App Store herunterzuladen. Aber Xcode ist kostenlos. Wir gucken einfach mal rein in Xcode auf dem Mac. Ist wie gesagt kostenlos, ist allerdings ein ziemlich großer Download. Das Coole an Xcode, wir können sogenannte Playgrounds erstellen. Bedeutet, wir können einfach, naja, einen Spielplatz nutzen. Wir können machen und basteln und tun, was wir wollen. Wir sehen immer nebenbei, was gerade tatsächlich passiert. Also nicht etwa verzögert, sondern tatsächlich in Real Time. Und für den einen oder anderen vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Man kann gar nichts kaputt machen. Man hält sich die ganze Zeit über auf seinem gut umzäunten Spielplatz auf. Und da kann man halt machen, was man will. Man hat auch keinen Zugriff auf wirklich wichtige Funktionen des Systems. Man kann also nicht etwa versehentlich mal irgendwie irgendwelche Dateien löschen. Man kann keine Dateien schreiben. Man kann keine Daten kaputt machen. Man kann eigentlich nichts machen, was man nicht will. Also eigentlich perfekt für alle Anfänger. Übrigens, Apple bietet auch ein Buch an. Nennt sich The Swift Programming Language. Ist kostenlos im iBookstore verfügbar. Und ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Nutzer gar nicht mal so schlecht. Denn man findet immer wieder mal irgendwelche coolen Konzepte, die man vielleicht einfach mal übernehmen möchte. Auch ich habe anhand dieses Buches im Endeffekt Swift erlernt. Wobei das Ganze für mich natürlich als jemand, der aus der Anwendungsentwicklung kommt, etwas einfacher war. Da ich vorher schon diverse Programmiersprachen kannte. Aber dennoch bin ich der Ansicht, ist das Ganze ein ziemlich gutes Buch. Für alle, die sich so ein bisschen in Swift reinfuchsen wollen. Das soll es auch gewesen sein mit diesem Video. Wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt, wenn ihr möchtet, natürlich auch mal andere Videos an. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüss! Tschüss!